Wenn du dich müde, unmotiviert oder auch gelangweilt fühlst, dann leidest du vielleicht in einem Bar-Out. Im Gegensatz zum Burn-Out, bei dem man sich durch Überforderung, vor allen Dingen Stress, ausgebrannt fühlt, tritt ein Bar-Out auf, wenn man sich unterfordert und auch gelangweilt ist. Die Arbeit wird zur Qual und man verliert jegliche Motivation. Dabei kann das Phänomen in allen Berufsbildern auftreten, unabhängig von der Tätigkeit oder auch dem Gehalt. Das Wissen über das Thema Bar-Out ist daher wichtig, um die Symptome frühzeitig zu erkennen und auch gezielt dagegen vorgehen zu können. Denn nur so kann man wieder Freude an der Arbeit empfinden oder auch langfristig mental gesund bleiben. Der Frankfurter Psychotherapeut Wolfgang Merkle hat ähnliche Symptome des Burn-Out-Syndroms als Anzeichen des Bar-Out-Syndroms identifiziert. Hierzu zählen Gefühle von Niedergeschlagenheit, Depression, die Antriebs- und Schlaflosigkeit sowie auch körperliche Beschwerden, wie vor allen Dingen ein Tinnitus oder auch Infektionsanfälligkeit. Auch Magenprobleme, Kopfschmerzen und Schwindelgefühle können dazugehören. Die Wiener Soziologin Elisabeth Prama hat in ihrer Analyse festgestellt, dass Betroffene in einer Negativspirale gefangen sind, die durch eine bestimmte Handlungsstrategie ausgelöst wird. Betroffene vermeiden oft Engagement, um sich nicht an den langweiligen Arbeitsplatz zu binden. Aus Hemmungen den Arbeitsplatz zu verlassen, bleiben sie jedoch im Betrieb und geben sie stattdessen mit der inneren Kündigung hin. Menschen, die das Gefühl haben, intellektuell unterfordert zu sein, leiden oft unter einem ängstlichen Zustand. Sie wissen, dass sie in der Lage sind, das Gleiche zu leisten wie andere, die ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen. Diese Betroffenen empfinden dann ihre Situation als negativ und grenzen sich von dem Bild eines faulen Arbeiters ab. Eines der Kernprobleme bei den Betroffenen ist daher auch das starke Verpflichtungsgefühl, Leistung zu erbringen. Die eben angesprochene Prama hat in ihren Studien einige typische Charakterisierungen von Betroffenen herausarbeiten können. Sie neigen unter anderem dazu, auch unter erschwerten Bedingungen Kritik zu äußern, um ihre Mitwirkung zu präsentieren. Es besteht auch ein hohes Bedürfnis, andere zu motivieren und zu begeistern und sogar um die Arbeit zu kämpfen. Oft besteht neben einer großen Leistungsorientierung auch eine große Leistungsfähigkeit. Neben zahlreichen anderen Merkmalen steht insbesondere hervor, dass Betroffene sich schneller diskriminiert fühlen und weniger gut in der Lage sind, sich abzugrenzen. Der moderne Arbeitnehmer ist darauf trainiert, jeden Moment seines beruflichen und auch privaten Lebens zur Leistung zu nutzen. Leerlauf wird daher nicht mehr als Muße betrachtet, sondern als Produktionsverlust, der negativ empfunden wird. Dabei gilt jemand als wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn er also seinen Beitrag leistet. Die Anforderungen zur Leistungserfüllung und die zunehmenden technischen Möglichkeiten, die Arbeiten verkürzen können, können auch zu einem Boroughout beitragen. Stress und Überlastung werden kommuniziert, während Nichtleistung ein subjektives Gefühl der Leere hervorruft. Wenn also jemand seine geringe Arbeitsbelastung anspricht, steht die Gefahr, dass er mit unangenehmen Aufgaben überhäuft wird oder der Betroffene sogar befürchten muss, seinen Job zu verlieren. Aus diesen Gründen greifen dann manche Menschen zu Täuschungsstrategien, um beschäftigt zu wirken, obwohl sie sich dennoch in einer aussichtslosen Situation befinden. Die Tabuisierung des Boroughout-Syndroms stellt sowohl im sozialen Umfeld als auch im beruflichen Kontext ein zentrales Problem dar. In zum Beispiel wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann der Arbeitnehmer gezwungen sein, in Betrieb zu bleiben, obwohl er unterfordert ist. Der Einsatz von äußerer Motivation, wie zum Beispiel mehr Geld oder mehr Status, kann das Boroughout-Syndrom begünstigen, da die grundlegende Situation ja nicht verändert wird. Eine Unterforderung wird hauptsächlich als qualitative Erfahrung beschrieben, die kurzzeitig durch Mehrarbeit überdeckt werden kann, sodass auch die Betroffenen das Problem nicht erkennen. Die Betroffenen fühlen sich dann unnötig und abgewertet, da ihre fachlichen Kompetenzen nicht genutzt werden. Da keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Aufgaben stattfindet, fühlt sich der Betroffene entsprechend leer und letztlich kann er sich als selbstlos wahrnehmen. Die Diagnose von einem Boroughout gestaltet sich aufgrund der Ähnlichkeit der Symptome des Burnouts als schwierig. Ein Burnout wird etwa dreimal häufiger diagnostiziert als ein Boroughout. Doch die Tatsache, oft eine Überforderung vortäuschen, erschwert die Diagnose zusätzlich. Zudem wird ein Boroughout oft erst spät diagnostiziert, da die Betroffenen mit den Symptomen des Burnout-Syndroms einen Psychologen aufsuchen und erst im Laufe einer Therapie erkannt wird, dass die Zusammenhänge eher zu einem Boroughout passen. Da das Boroughout offiziell medizinisch bzw. psychologisch noch gar nicht existiert, kann es entsprechend auch kein standardisiertes Verfahren bei Diagnostik oder auch Therapie geben. Letztlich ergibt sich meist aus dem persönlichen Hintergrund des entsprechend gewählten Therapeuten eine entsprechende Therapierichtung. Neben der Psychotherapie und auch der Gesprächstherapie werden vor allen Dingen auch Kunst- und Musiktherapien, körperorientierte Verfahren sowie auch Entspannungstechniken angewendet. Der Begriff des Boroughouts ist ja noch nicht eindeutig definiert. Allerdings zeigt sich, dass eine Konkretisierung dieses Störungsbildes in großem Interesse steht. Und man kann entsprechend auch sehen, dass die bisherige Diskussion dazu bereits einen Beitrag geleistet hat. Um präventive Maßnahmen für Unternehmen zu ergreifen, sollten Sie vor allen Dingen darauf achten, dass die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten übereinstimmen und es vor allen Dingen vermieden wird, dass es zu einem sogenannten Personen-Job-Mismatch kommt, der Mitarbeiter also sorgsam ausgewählt wird und bestens zu der ausgeschriebenen Stelle passt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017